Es begab sich aber eines Tages, als das Volk ihn umdrängte und das Wort Gottes hören wollte, während er am See Genezareth stand, da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da trat er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande abzustoßen. Darauf setzte er sich nieder und lehrte das Volk vom Boote aus. Als er dann mit seiner Ansprache fertig war, sagte er zu Simon, »Fahre auf die Höhe hinaus und werft eure Netze aus, damit ihr einen Zug tut.« Da antwortete Simon, »Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen.« Als sie das taten, fing sie eine so große Menge Fische, dass ihr Netz zerreißen wollte. Da winkten sie ihren Genossen, die in dem anderen Boote waren, herbeizukommen und ihnen ziehen zu helfen. Die kamen auch, und man füllte beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch!« Denn Schrecken hatte ihn und alle, die bei ihm waren, wegen dieses ihres Fischfangs ergriffen, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebidois, die Simons Genossen waren. Doch Jesus sagte zu Simon, »Fürchte dich nicht, von nun an sollst du ein Menschenfischer sein!« Sie brachten nun die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Es begab sich darauf, als er sich in einer der Städte befand, dass ein Mann da war, über und über mit Aussatz bedeckt. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm auf sein Angesicht nieder und bat ihn mit den Worten, »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen!« Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sagte, »Ich will es, sei gereinigt!« Da verschwand der Aussatz sogleich bei ihm. Jesus gebot ihm dann, niemanden etwas davon zu sagen und gab ihm die Weisung, »Geh hin, zeige dich dem Priester und bring für deine Reinigung das Opfer da, wie Mose es geboten hat, zum Zeugnis für sie.« Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und das Volk strömte im großen Schan zusammen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und widmete sich dort dem Gebet. Eines Tages, als er mit Lehren beschäftigt war, saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer dabei, die aus allen Ortschaften Gadileas und Judäas und aus Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war in ihm wirksam, sodass er Kranke heilte. Da brachten Männer auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und suchten ihn in das Haus hineinzubringen und vor Jesus niederzusetzen. Weil sie aber wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn samt dem Bett durch die Ziegel hinab, mitten unter die Leute vor Jesus. Als dieser ihren Glauben sah, sagte er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Da begann die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sich darüber Gedanken zu machen und sagten, Wer ist dieser? Er spricht ja Gotteslästerung aus. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Da nun Jesus ihre Gedanken durchschaute, redete er sie an. Was denkt ihr da in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisset, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Hierauf sagte er zu dem Gelebenden, Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Da stand er augenblicklich vor ihren Augen auf, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Stauen. Sie priesen Gott und sagten voller Furcht, Wir haben heute unglaubliche Dinge gesehen. Hierauf ging er aus dem Hause hinaus und sah ein Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sagte zu ihm, Folge mir nach. Da verließ jener alles, stand auf und folgte ihm. Und Levi richtete ihm ein großes Gastmahl in seinem Hause zu, und eine große Menge von Zöllnern und anderen Leuten nahm mit ihnen am Mahl teil. Da sagten die Pharisäer und die zu ihnen gehörenden Schriftgelehrten unwillig zu seinen Jüngern, Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Jesus antwortete ihnen mit den Worten, Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zur Buße zu rufen, sondern Sünder. Sie aber sagten zu ihm, Die Jünger des Johannes fasten häufig und verrichten Gebete, ebenso auch die Schüler der Pharisäer, während die Deinigen essen und trinken. Jesus antwortete ihnen, Könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste zum Fasten anhalten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage dafür kommen, wenn der Bräutigam ihnen genommen ist, dann, in jenen Tagen werden sie fasten. Er trug ihnen auch ein Gleichnis vor. Niemand schneidet einen Lappen von einem neuen Kleider ab und setzt ihn auf ein altes Kleid, sonst würde er nur das neue zerreißen. Und zu dem alten Kleide würde der Lappen von dem neuen doch nicht passen. Auch füllt niemand Jungwein in alte Schläuche, sonst sprengt der junge Wein die Schläuche und läuft selbst aus und die Schläuche gehen verloren. Vielmehr muss man Jungwein in neue Schläuche füllen. Und niemand, der alten Wein getrunken hat, mag als bald Jungen gern, denn er sagt, der alte schmeckt angenehmer. Es begab sich dann an einem Sabbat, dass er durch Kornfelder wanderte und seine Jünger pflückten Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten einige von den Pharisäern, Warum tut ihr etwas, was man am Sabbat nicht tun darf? Jesus antwortete ihnen, Habt ihr auch davon nicht gelesen, was David tat, als ihn samt seinen Begleitern hungerte? Wie er da ins Gotteshaus ging, dort die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Begleitern davon gab, obgleich doch niemand außer den Priestern sie essen darf. Er schloss mit den Worten, Der Menschensohn ist her, auch über den Sabbat. An einem anderen Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Dort war ein Mann, dessen rechter Arm gelähmt war. Da lauerten die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihm auf, ob er wohl am Sabbat heilen würde, um dann einen Grund zu einer Anklage gegen ihn zu haben. Er kannte ihre Gedanken wohl, sagte aber zu dem Manne mit dem gelähmten Arm, Steh auf und tritt vor. Jener stand auf und trat hin. Da sagte Jesus zu ihnen, Ich frage euch, darf man am Sabbat Gutes tun oder soll man Böses tun? Darf man ein Leben erhalten oder soll man es zugrunde gehen lassen? Nachdem er sie dann alle ringsumzornig angeblickt hatte, sagte er zu ihm, Strecke deinen Arm aus. Jener tat es und sein Arm wurde wieder gesund. Da wurden sie ganz unsinnig vor Wut und besprachen miteinander, was sie Jesus antun könnten. Es begab sich aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinaus ging, um zu beten. Und er verbrachte dort die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es dann Tag geworden war, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er auch Apostel, das heißt Sendboten nannte. Simon, den er auch Petrus, das heißt Fels oder Felsenmann nannte, und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomeus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon mit dem Beinamen der Eiferer, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Ischariot, der zum Verräter an ihm wurde. Als er dann mit ihnen von dem Berge hinabgestiegen war, blieb er auf einem Platze stehen, samt einer großen Schar seiner Jünger und einer zahlreichen Volksmenge aus dem ganzen jüdischen Lande, besonders aus Jerusalem und aus dem Küstenlande von Tyrus und Südorn. Alle diese Leute waren nämlich gekommen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden gesund, und jeder aus der Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn eine Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Da hob er seine Augen auf, blickte seine Jünger an und sagte, Selig seid ihr Armen, denn euer Teil ist das Reich Gottes. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausstoßen und euch schmähen und euren Namen als ein Schimpfwort verwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch als dann und jubelt, denn wisset, euer Lohn ist groß im Himmel. Ihre Väter haben es ja mit den Propheten ebenso gemacht. Dagegen wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet Hunger leiden. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Welt euch umschmeichelt. Ihre Väter haben es ja mit den falschen Propheten ebenso gemacht. Aber zu euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebet eure Feinde, tut denen wohl, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beschimpfen. Wer dich auf die eine Wange schlägt, dem halte auch die andere hin, und wer dir den Mantel wegnimmt, dem verweigere auch das Unterkleid nicht. Jedem, der dich um etwas bittet, dem gib. Und wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Wie ihr von den Leuten behandelt zu werden wünscht, ebenso behandelt auch ihr sie. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Anspruch auf Dank habt ihr dann? Auch die Sünder lieben ja die, welche ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern Gutes erweist, welchen Anspruch auf Dank habt ihr dann? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr es wiederzubekommen hofft, welchen Anspruch auf Dank habt ihr dann? Auch Sünder leiden anderen Sündern, um ebenso viel wiederzubekommen. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zurückzuerhoffen. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Zeigt euch barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr auch nicht verurteilt. Lasst eure Schuldner frei, so werdet ihr auch freigelassen werden. Gebt, so wird euch auch gegeben werden. Ein reichliches, festgedrücktes, gerütteltes und übervolles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn mit demselben Maße, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er trug ihnen dann auch ein Gleichnis vor. Kann wohl ein Blinder ein Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister. Jeder Jünger wird, wenn er völlig ausgebildet ist, immer nur wie sein Meister sein. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Oder wie darfst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter, der in deinem Auge steckt, herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, dann magst du zusehen, wie du den Splitter herausziehst, der im Auge deines Bruders steckt. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt und umgekehrt keinen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Jeden Baum erkennt man ja an seinen besonderen Früchten, denn von Dorn sammelt man keine Feigen und von einem Dornbusch kann man keine Trauben lesen. Ein guter Mensch bringt aus der guten Schatzkammer seines Herzens das Gute hervor, während ein böser Mensch aus der bösen Schatzkammer das Böse hervorbringt. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Warum nennt ihr mich aber Herrher und tut doch nicht, was ich euch sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach tut, ich will euch zeigen, wem der gleicht. Er gleicht einem Manne, der ein Haus baute, der ausgraben ließ und damit in die Tiefe ging und die Grundmauern auf den Felsen legte. Als nun Hochwasser kam, stieß die Flut an jenes Haus, vermochte es aber wegen seiner guten Bauart nicht zu erschüttern. Wer aber meine Worte hört und nicht danach tut, gleicht einem Manne, der ein Haus auf den lockeren Erdboden ohne feste Grundmauer baute. Als dann die Flut dagegen stieß, stürzte es sogleich zusammen und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Nur ein Tor lehnt zur Rechtweisung ab. Lass vom Unglauben ab, durch den so viel Zerstörung, Krankheit und Verwahrlosung angerichtet wird. Entwickel den Glauben zum Guten und Richtigen und sei kein Zerstörer. Denn das Fundament eines dunklen Ortes ist Genusssucht, Trägheit, Feigheit und Ignoranz. Denn in Jesaja Kapitel 5 Vers 20 bis 21 ist folgendes nachzulesen. Schlimm wird es denen agieren, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen. Schlimm wird es denen agieren, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de